Der Oliver, die Birds of Prey, die schreit nach Erfahrung. Ein frisch gefangter Abfahrer hat es schwer darunter zu sehen. Schauen wir es uns an. Am Start ist ein Hügel aufgeschoben, da geht es ins Flache weg. Und auch da vorne seht ihr jetzt, da haben sie ein paar Hügel reingeschoben, dass man ein bisschen aus der Hocke herausgehen muss. Aber im Grunde geht es da oben extrem flach weg. Was einfach wichtig ist, einen schnellen Ski haben. Gut gleiten und sich konzentrieren auf das, was bevorsteht. Und jetzt kommen wir schon hin. Die erste eisige Kurve. Doppel links Einfahrt in den Steilhang. Schneller Wechsel und ab. Jetzt geht es nur noch steil bergab. Da ist gerade. Und jetzt Frontallichtung Netz. Eine Kompression. Sprung in die Schrägfahrt. Jetzt geht es da hin. Schlag auf Schlag. Doppel links im Steilhang. Da holen wir aus. Ja, schneller Wechsel. Nächster Übergang. Es geht früher noch volle Wüste hin. Da ist es eisig. Vorbei am Bumpfhaus. Dreifach links. Über 120 kmh. Anfahrt in das Waldes. Screeching all. Da dreht es heuer ein bisschen mehr. Und jetzt darf ich hocken. Nächste Linie. Vorbei am Netz. Anfahrt zum Sprung. Golden Eagle. Und jetzt schauen wir, wer er geht. Wuhu! Yeah! Nächste Kompression. Genau gepasst. Hin auf den Herios. Gut drücken. Und jetzt Richtung Ziel. Zielspunkt Redtail. Und ich sage euch, es geht richtig gut da hin. Und über die Linie. Wow! Wow! Tschüss! Musik